Herzlich willkommen zu meinem ersten Video, was sich mit der Abiturvorbereitung für das Fach Geschichte im Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2024 beschäftigt. Ich möchte mir mit euch mal zusammen die Operatoren anschauen. Die werden wichtig, weil, ja, das kennt ihr wahrscheinlich schon, die Operatoren, das sind im Grunde genommen Hilfsbegriffe für die Aufgabenstellungen. Wir Lehrer sollen damit arbeiten und im Abitur werdet ihr bei den Aufgabenstellungen auf jeden Fall auf die Operatoren treffen. Okay, und ich habe das jetzt mal folgendermaßen gemacht. Den linken Bereich hier, den kennt ihr bestimmt schon. Das haben euch eure Lehrerinnen und Lehrer bestimmt auch schon gegeben. Das ist vom Ministerium. Das ist die Übersicht über die Operatoren. Und natürlich habt ihr hier auch jeden Operator einmal kurz erklärt. Also für mich sind die hier verständlich erklärt. Ich bräuchte jetzt selber eben nicht nochmal eine weitere Erklärung, aber gut, okay. Ich bin eben auch Lehrer und ich habe halt eben die Erfahrung gemacht, dass nicht jeder Lernende oder jede Lernende immer was mit den Operatoren anfangen kann. Okay, und deshalb würde ich die hier mit euch einmal kurz durchgehen, um einfach sicherzustellen, dass jeder auch, wenn er dann die Abiturklausur vor sich liegen hat, weiß, was er tun muss, wenn er eben einen bestimmten Operator da sieht. Gut, erstmal wichtig zu wissen, es gibt hier übergeordnete Operatoren. Das sind im Grunde Operatoren, ich habe das hier mal genannt, kombinierte Operatoren oder einmal Döner mit alles extra scharf. Das ist halt das Komplettpaket. Warum das so ist, werde ich gleich erläutern. Bei dem Operatoren interpretieren habt ihr im Grunde genommen immer da drin versteckt noch andere Operatoren, die ihr jetzt hier im Einzelnen hier unten findet. Die schauen wir uns gleich in Ruhe an. Zum Beispiel bei interpretieren ist es eben so, da steht dann wirklich nur, zum Beispiel interpretieren sie die vorliegende Quelle. Das heißt aber, im Grunde genommen werden da von euch drei Arbeitsschritte gefordert. Einmal eine Analyse, dann die Erläuterung des Sachverhalts und dann noch eine eigene Bewertung. Was das bedeutet, schauen wir uns gleich an. Keine Sorge, da komme ich gleich zu. Ich erläutere gleich die einzelnen Operatoren so gut wie möglich nochmal. Okay, also das müsst ihr euch schon mal merken. Eine Interpretation sind drei Aufgaben in einer. Und auch bei der Erörterung, da steht hier auch drin, müsst ihr erstmal eine komplette Analyse anfertigen. Und erst dann, klar, seid ihr dazu in der Lage eine eigene Stellungnahme zu schreiben. Es ist natürlich klar, wenn ich eine Quelle nicht analysiert habe, weder den Argumentationsgang noch die Hauptthese kenne, dann kann ich schlecht eine eigene Stellungnahme dazu schreiben. Es sei denn, ich kenne sie schon vorher auswendig und habe das große Glück gehabt, dass im Abitur genau die Quelle drangekommen ist, die ich jetzt aus irgendeinem Grunde auswendig kenne. Aber selbst da wird von euch eben vorher eine schriftliche Analyse erwartet. Okay, ja, analysieren sie die vorliegende Quelle. Das ist ja im Grunde genommen das, was ihr im Unterricht auch im Alltag immer wieder macht, dass ihr historische Quellen analysiert. Und ja, ich habe das für meine Schüler mal so gemacht. Ich habe mir eine Quelle aus dem Kaiserreich ausgesucht. Das habe ich jetzt nicht extra für das Video gemacht, aber das ist eine Beispielanalyse, die ich den Schülern schon vorher zur Verfügung gestellt hatte. Und ja, für mich besteht eine Analyse immer aus dem Einleitungsteil. Dann fasse ich kurz die Textabschnitte zusammen, benenne den Argumentationsgang. Und wichtig dabei ist, hier geht es noch gar nicht darum, irgendwas zu deuten oder zu interpretieren. Hier geht es wirklich nur darum, den Argumentationsgang und die Hauptthese der vorliegenden Quelle darzustellen. So, und dann habt ihr meistens noch weiterführende Aufgaben im Ambitur. Zu den Operatoren komme ich, aber Analyse ist erstmal hier vor allen Dingen, ja, Darstellung des Argumentationsgangs, Nennung der Hauptthese, Thema, Adressaten und so weiter. Das habt ihr bestimmt auch mit euren Geschichtslehrern und Lehrerinnen eben auch gemacht. So, das ist jetzt hier eine ganz allgemeine Analyse. Daher schließt sich dann auch ein bisschen der historische Kontext an. Klar, jede Quelle, jedes Ereignis in der Geschichte oder auch jede Struktur bleibt eben unverständlich, wenn man nicht um den historischen Kontext weiß. Das ist ja natürlich zentral wichtig. Ich habe hier nur eine Bitte an euch. Tut euch den Gefallen. Wenn in den Aufgabenstellungen im Ambitur nicht explizit steht, dass ihr den historischen Kontext erläutern sollt oder darstellen sollt, dann wird es dafür sehr wenig Punkte geben, wenn ihr das tut. Das hatte ich jetzt bei den Vorabiturklausuren bei uns in der Schule. Da haben einige Leute sehr, sehr viel zum historischen Kontext geschrieben. Ich konnte aber so gut wie keine Punkte dafür geben, weil das einfach im Bewertungshorizont nicht gefordert war. Wir Lehrer sind da an die Vorgaben im Bewertungshorizont gebunden. Wir haben zwar minimalen Spielraum, aber ich kann dafür jetzt nicht 10 von 100 Punkten geben. Also historischer Kontext nur dann, wenn er, also historischer Kontext ausführlich, dann, wenn er extra in der Aufgabe gefordert wird. Ansonsten kann man sich hier auf das Notwendigste beschränken. Ein wichtiger Hinweis noch bei der Analyse, sowas wie Sprache, das spielt ja im Fach Deutsch eine große Rolle. Aus meiner Erfahrung heraus gibt es keine bis nur sehr wenig Punkte für die Analyse der Sprache in einer Geschichtsklausur. Das ist wirklich so. Ich habe das früher auch mal die Schüler einüben lassen, auch im Fach Geschichte, mein zweitfaches Deutsch. Und das hat im Grunde genommen so gut wie nie was gebracht. Von daher geht gar nicht auf die Sprache ein, es sei denn, es wird explizit in der Aufgabenstellung gefordert. Gut, Funktion und Intention der Rede sollte man immer auch thematisieren. Warum schreibt jemand diese Rede oder warum hat jemand diese Rede gehalten oder diese Textquelle verfasst? Was war seine Intention? Welche Funktion sollte die haben? Und dann kommen wir natürlich auch schon zu dem, was meines Erachtens auch zu einer normalen Analyse dazu gehört. Das ist eben das Urteil bzw. die Bewertung. Jetzt muss ich aber dazu sagen, das Land NRW sieht das als zwei zusätzliche Operatoren an. Also hier im Bereich Beurteilen und Bewerten. So, ich will jetzt hier nichts groß noch zum Thema Wert und Sachurteil sagen. Ihr solltet das aus dem Unterricht kennen. Aber wenn ich jetzt im Unterricht meine Schüler eine ganz normale Quellenanalyse schreiben lasse, dann gehört für mich eben auch die Frage, wie authentisch ist die Quelle, wie repräsentativ ist sie und vor allen Dingen der Argumentationsgang und die Hauptthese der Quelle, ja, wie ist die Quelle zu beurteilen, auch aus dem damaligen historischen Kontext heraus und natürlich, wie ist sie aus der heutigen Sicht auf der Grundlage unseres Grundgesetzes, auf der in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Normen und Werte eben, ja, heute zu bewerten. Gut, das verbirgt sich dann für mich alles bei Analysieren, wobei, soweit ich das erkennen kann, Analysieren im Abitur vor allen Dingen erstmal heißt, ich scrolle hier nochmal hoch, Argumentationsgang darstellen, den Einleitungsteil schreiben und, ja, sowas wie Funktion, Intention, Hauptthese herausarbeiten. Alles Weitere macht ihr dann eben in den weiteren Aufgaben. Meistens sind es ja drei Aufgaben. Gut. Ja, Analysieren den Operator haben wir uns angeschaut. So, begründen ist für mich ein Operator, der eigentlich kaum alleine stehen kann, weil meistens ist es ja so, dass man sein Sach-, sein Werturteil oder eben einen eigenen Text, den man verfasst hat, wo eine eigene Meinung deutlich wird, ja, diese Meinung oder ein Urteil, das muss ja immer begründet werden. Das kennt ihr aber alle, das habt ihr auch alle in Deutsch geübt. Da würde ich mir jetzt, glaube ich, kaum einen Gedanken dran verschwenden, dass das jemand im Abitur nicht hinkriegt. Also, wenn jemand seine Sach- und Werturteile oder generelle Urteile überhaupt nicht begründen könnte, dann hätte er es nicht bis zum Abitur, bis zu einer Abiturprüfung geschafft. So, beschreiben ist ein relativ einfacher Operator. Das wäre dann zum Beispiel so ein typischer Operator, wo man, ja, zum Beispiel historischen Kontext einbringen könnte. Ich habe das jetzt in Bezug auf die Quelle. Hier geht es um den Berliner Antisemitismusstreit. Eben mal formuliert, beschreiben Sie die gesellschaftliche Ausgangslage des Berliner Antisemitismusstreits. Da, ja, wird von dem Prüfling einfach erwartet, dass er sein historisches Wissen so ein bisschen ausbreitet und, ja, einfach mal schildert, was ich jetzt hier im historischen Kontext gemacht habe. Welche Hintergründe hat denn diese Debatte um die Frage, schaden die deutschen Juden der Gesellschaft des Kaiserreiches oder tun sie es eben nicht? Ja, beurteilen. Wichtig, das wird hier quasi getrennt, beurteilen und bewerten. Wenn da steht, beurteilen Sie die Ausführungen Stöckers. Jetzt habe ich hier, glaube ich, einen Fehler gemacht. Das ist nicht Stöcker, sondern Treitschke. Ich meine damit Treitschke. Dann ist damit ein Sachurteil gemeint. Also, da gibt es keinen Bezug zu aktuellen Werten und Normen. Wir können auch nochmal hier gerne reinschauen. Hier steht, Das heißt also, so deute ich und verstehe ich das als Geschichtslehrer, ich muss mir die Frage stellen, das habe ich hier eben auch gemacht, wie repräsentativ ist quasi die Meinung, Treitschke ist in seiner eigenen Zeit, ist seine Argumentation, ohne eben die heutige Perspektive zu bewerten, in seiner Zeit, in seiner eigenen Zeit nachvollziehbar und oder gerechtfertigt. Und das hebt sich dann deutlich vom Operator bewerten ab. Denn hier steht, wie Operator beurteilen, aber zusätzlich mit Offenlegen und Begründen eigener Wertmaßstäbe, die Pluralität einschließen und zu einem Werturteil führen, das auf den Wertvorstellungen des Grundgesetzes basiert. Das heißt, ihr dürft hier beim Operator bewerten nicht einfach eure eigene persönliche Meinung aufschreiben, sondern das muss immer auf Grundlage des Grundgesetzes und der heute geltenden Normen und Werte der Gesellschaft erfolgen. Ist ganz klar, diese Bewertung muss eben aus der heutigen Zeit natürlich unter Achtung von Verfassung, Grundgesetz etc. pp. erfolgen. Wenn man jetzt zum Beispiel überzeugter Kommunist ist, überzeugter Faschist, dann könnte man natürlich auf die Idee kommen, bei so einem Werturteil eben seine eigene Ideologie, seine eigene Weltanschauung einzubringen. Aber wenn das Dinge, Werte oder Ansichten sind, die eben gegen das Grundgesetz verstoßen, dann würdet ihr hier eben auch tatsächlich keine Punkte bekommen, weil der Operator vorsieht, dass ihr das eben auf Grundlage unseres Grundgesetzes und der gesellschaftlich allgemein akzeptierten Wertmaßstäbe tut und nicht eben aufgrund eurer persönlichen Wertmaßstäbe. Ich hoffe natürlich für euch, dass die Wertmaßstäbe unserer Gesellschaft und die auch vor allen Dingen unser Grundgesetz auch eure Wertmaßstäbe sind. Aber wenn es nicht so ist, dann müsst ihr eben mal hier euren Stolz runterschlucken und dann einfach die Bewertung aus der Perspektive, ich bin ein überzeugter Demokrat, ich bin für eine pluralistische Gesellschaft und ich achte und respektiere und schätze das Grundgesetzschreiben. Gut. Charakterisieren. Das ist im Grunde genommen etwas, was so in den Anforderungsbereich 2 bis 3 übergeht. Das heißt, das ist oft so eine zweite Aufgabe nach der Analyse, denn in der Analyse habt ihr ja nur den Argumentationsgang dargestellt und zum Beispiel die Hauptthese benannt. Und so eine Aufgabe, wo der Operator charakterisieren vorhanden ist, die kann das nochmal so ein bisschen spezifizieren. Also zum Beispiel hier habe ich es mal ausformuliert, charakterisieren sie drei Stoßansichten bezüglich der Rolle der deutschen Juden in der Gesellschaft des Kaiserreichs. Das heißt, hier müsst ihr dann nochmal, und da wird auch ganz viel Wiederholung drin sein, weil ihr habt ja schon den Argumentationsgang und die Hauptthese des Autoren dargestellt, wenn ihr die Analyse gemacht habt. Aber hier greift ihr eben viele Dinge nochmal auf und geht auf einzelne Auszüge aus der Quelle nochmal spezifisch ein. Und zwar wirklich in Bezug auf die Aufgabenstellung. Also so eine Aufgabenstellung kann ja nicht heißen, charakterisieren sie drei Stoßansichten, sondern das muss ja ein bisschen stärker gelenkt sein. Das heißt, ihr bekommt da eine Information bei diesem Charakterisieren-Operator, was soll ich denn jetzt näher charakterisieren und nur darauf bezieht ihr euch. Nur darauf. Gut, dann haben wir hier den Operator einordnen. Einordnen, das habe ich mal ausformuliert, ordnen sie die Ausführungen 30 in den historischen Zusammenhang ein. Da seht ihr auch überwiegend zwei, ein oder mehrere historische Sachverhalte in einem historischen Zusammenhang stellen. Ja, das ist das, was ihr als Schüler oder als Lernende eben als historischen Kontext kennt. Klar, wir haben hier eine Quelle und ihr sollt eben zeigen, ja, ich verstehe, in welcher Zeit das entstanden ist. Ich kenne den Kontext der Quelle, also die ökonomischen, gesellschaftlichen, politischen Rahmenbedingungen, unter der diese Quelle entstanden ist und ich kann das kurz, präzise und ohne auszuufern auch in eigenen Worten darstellen. Das ist dann zum Beispiel einordnen. Gut, entwickeln hat man eher selten im Abitur und ja, das Entwickeln setzt natürlich auch voraus, dass ihr die Analyse schon geschrieben habt und meistens ist das so eine, ja, ich würde sagen, halb kreative Aufgabe. Hier steht ja auch zum Beispiel gewonnene Analyseergebnisse verwerten, um in einem vorgegebenen Textformat, zum Beispiel Rede, Leser, Brief, Diskussionsbeitrag, zu einer eigenen Deutung zu gelangen. Im Grunde genommen ist das so ein, ja, entfernter Verwandter vom Bewerten, weil wenn ihr selber, ja, zum Beispiel eine Rede als Antwort auf die Ausführung Treitschges entwickeln sollt, ja, dann müsst ihr natürlich wieder unsere Wertmaßstäbe, unsere Grundsätze beachten, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier in Bezug auf die Quelle Treitschges zu der Einstellung kommen würdet, ja, das ist ja super Antisemitismus und Treitschke hat recht, die damaligen deutschen Juden waren tatsächlich eine Gefahr für das Kaiserreich, ja, da fehlen euch erstmal die notwendigen Argumente, um das aus Sicht des Historikers rational begründen zu können und zweitens natürlich, ihr wisst, ihr wisst alle, wie es ist, Antisemitismus ist ein absolutes No-Go in unserer Gesellschaft, das ist natürlich auch zu Recht und da würdet ihr natürlich keine Punkte für bekommen. Das heißt also, hier müsst ihr natürlich auch darauf achten, dass eure Argumentation, egal ob ihr jetzt zum Beispiel einen Leserbrief schreibt, eine Gegenrede entwerft oder so, ob die sauber ist und natürlich auch auf den Originaltext bezogen ist. So, erläutern. So, da haben wir sowas ähnliches wieder, wie beim Operator, na, wo hatten wir das? Ordnen Sie ein, hier steht, historische Sachverhalte durch Wissen und Einsichten in einem Zusammenhang einordnen, durch zusätzliche Informationen, Beispiele verdeutlichen. Ja, das ist klassisch historischer Kontext. Also, erläutern Sie die Ausführung Treitschkes im historischen Zusammenhang. Da würde dann eben von euch verlangt werden, ja, stellt mal da, welche Rechte haben denn die deutschen Juden im neu gegründeten deutschen Nationalstaat, der 1871 entsteht? Wie war das denn vorher? Welches, ja, welche gesellschaftliche Stellung haben die? Welche politischen Debatten gibt es da? Und so weiter und so fort. So, herausarbeiten. Aus Materialien bestimmt historische Sachverhalte herausfinden, die nicht explizit genannt werden und Zusammenhänge zwischen ihnen herstellen. Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe jetzt mal folgende Aufgabenstellungen formuliert. Arbeiten Sie heraus, welche antisemitischen Klischees Treitschke in seinem Text aufgreift. Jetzt muss man dazu sagen, dass in dieser Quelle an ein oder zwei Stellen Treitschke mit offensichtlich antisemitischen Klischees arbeitet. Aber ansonsten kann man das eher so zwischen den Zeilen lesen. Das heißt, man kann das aus seinen ja, Argumentationslinien so ein bisschen herausinterpretieren. Und wie gesagt, das wäre dann, arbeiten Sie heraus, dann wäre eure Aufgabe eben zu schauen, abseits der ganz offensichtlichen Sachen, die ihr natürlich auch nennt, wo finden sich denn hier eben antisemitische Einstellungen, die jetzt vielleicht nicht so, ja, quasi, mega deutlich geschrieben sind, sondern die einfach auch so ein bisschen zwischen den Zeilen stehen. Habe ich aber auch nicht oft gesehen, den Operator. Gut, dann haben wir Nennen, Informationen, Sachverhalte, Merkmale, zielgerechte und unkombiniert zusammentragen. Ihr seht, das überschneidet sich alles so ein bisschen. Nennen Sie die Argumente und die Hauptthese Treitschkes. Das ist ja Teil der ganz normalen Analyse, die ihr am Anfang einer jeden Quellenanalyse eben macht. Gut, dann haben wir Stellung nehmen, eine Problemstellung, eine Bewertung, eine Position auf der Grundlage fachliche Erkenntnisse prüfen und nach sorgfältiger Abwägung eine Einschätzung formulieren. Das kennt ihr auch aus dem Deutschunterricht. Klar, wenn ihr zu etwas Stellung nehmen sollt, dann ist von euch im Grunde genommen ja auch eine Bewertung, ja, es wird von euch eine Bewertung erwartet und diese Stellungnahme, heißt dann eben Stellungnahme, die beinhaltet natürlich eine These und in dieser Stellungnahme bezieht ihr euch auf jeden Fall auch auf die Quelle und meistens ist es so, man kann dem Originalautoren zustimmen, man kann seine These oder seine Argumentation ablehnen oder man kann eine abwägende Stellungnahme formulieren. Das heißt, man kann eben sagen oder argumentieren, dass bestimmte Teile der Originalargumentation für euch eben nachvollziehbar sind und sinnvoll sind, während man andere Aspekte vielleicht ablehnt. Das ist jetzt hier quasi nicht der Fall. Wir können mal kurz reingucken. Also keine Sorge, auch wenn ich hier immer so schnell durchscrolle, ich verlinke euch das hier alles, das könnt ihr euch auch in Ruhe anschauen. Ja, ich habe zum Beispiel hier dann eben im Grunde genommen eine Bewertung geschrieben. Das könnte man eben aber auch, wenn man es ein bisschen umschreibt, auch ganz schnell als Stellungnahme bezeichnen. Also Bewertung und Stellungnahme sind sich da doch sehr ähnlich. Gut, was haben wir noch? Untersuchen, Materialien oder historische Sachverhalte, kriterienorientiert beziehungsweise aspektgeleitet erschließen. Ja, das ist dann wieder im Grunde genommen sowas ähnliches wie, wo hatten wir das, charakterisieren. Ihr seht, manche Operatoren sind sehr ähnlich. Ich habe es jetzt mal ausformuliert. Untersuchen Sie den Argumentationsgang Dreitschritts auf antisemitische Klischees. Ihr seht, das läuft aufs Gleiche hinaus. Das ist dann eben eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Originaltest, wo ihr Aspekt geleitet, ja, unter der Nennung eines bestimmten Schwerpunktes eben nochmal mit dem Text arbeiten sollt. Dann haben wir noch als letzte Operatoren vergleichen und das geht hier eben nur im Regelfall, wenn ihr noch eine zweite Textquelle bekommt. Das wäre zum Beispiel beim Berliner Antisemitismusstreit sehr wohl möglich, denn Dreitschkes Ausführungen blieben nicht unwidersprochen, sondern haben auch durchaus in der damaligen akademischen Welt Widerstand erregt und da hat sich ein damals auch ebenso berühmter Historiker namens Momsen hat sich eben angenommen, hat da eine Gegenposition verfasst. Die könnte man als Aufgabe, die könnte man als Material dafür nutzen, eben hier den Operator vergleichen zu nutzen. Naja, dann, wie sieht das im Abitur aus? Habe ich auch schon gesehen, dann kriegt er eben einen Auszug auch aus einer zweiten Textquelle und die sollte dann wahrscheinlich ganz, ganz kurz zusammenfassen und dann eben die beiden Positionen miteinander vergleichen, das könnt ihr, das ist kein Problem. Multiperspektivität, das ist Alltag im Geschichtsunterricht und das habt ihr alle ja, dutzendfach geübt. Ja, gut, zusammenfassen, ja, was soll ich sagen, das kennt ihr alle, fassen sie die Quelle in eigenen Worten zusammen, das ist eben auch wieder etwas, was ich hier im Bereich der Analyse verordnen würde. Und ihr seht, im Grunde genommen, auch wenn das jetzt hier erstmal ganz schön viele Operatoren sind, im Grunde genommen gibt es, ja, drei Schritte bei der Analyse einer historischen Quelle im Geschichtsunterricht, auch im Abitur. Erstens, ihr fertigt eine vernünftige Analyse an. Dazu gehört der Einleitungsteil mit dem Tattesatz, sagt man immer so schön in der Sekundarstufe 1, Titel, Autor, Text, Thema Erscheinungsjahr nicht vergessen. Im Abitur wird oft auch dafür gepunktet, oder das wird bepunktet, wenn ihr den Adressaten nennt und teilweise auch den Erscheinungsort und den Anlass, aber das werdet ihr sicherlich mit euren Lehrern in den Intensivtagen auch noch üben. Ja, dann eine saubere Darstellung des Argumentationsgangs. Diese Textabschnitte, die ich hier mir mache, die müsst ihr nicht machen. Wichtig ist aber, dass ihr hier unbedingt mit Textbelegen arbeitet, wenn ihr jetzt den Argumentationsgang in eigenen Worten darstellt, alles was nicht am Text mit einem Zitat oder mit einem Textbeleg nachvollziehbar ist, dürfen wir im Grunde genommen nicht bewerten. Es ist dann eben nicht belegt, sondern nur eure persönliche Meinung, wenn ihr keinen Textbeleg dazu liefert. Und dann schließt sich eben der historische Kontext an. Und wie gesagt, Funktion, Intention würde ich auch immer nennen, das kostet euch nicht viel Zeit. Das Werturteil beziehungsweise Sachurteil, das ist dann auf jeden Fall in der Abiturklausur ein eigener Operator. Meistens ist das die letzte Aufgabe. So, die zweite Aufgabe, die ist ganz oft im Bereich Charakterisieren. Was haben wir denn noch erläutern? Also historischer Kontext kann auch kommen, dass man nochmal etwas untersuchen soll und so weiter und so fort. Die Klausuren bauen sich ja auch quasi in der Schwierigkeit auf. Ihr habt erstmal vor allen Dingen Wiedergabe, das ist ja der einfachste Schritt und dann habt ihr eben einen vertieften Umgang mit dem Text. Ich nenne jetzt extra keinen Operator, aber das ist dann oft auf Anforderungsebene zwei und das, was ja als Königsdisziplin auch im Geschichtsunterricht gilt, das Sach- und Werturteil, das folgt dann eben am Ende. Und klar kann es auch sein, dass ihr eine Stellungnahme schreiben müsst, anstatt ein Sach- und Werturteil oder manchmal ist vielleicht nur ein Sachurteil erforderlich, wobei dann muss man sagen, wenn ihr dann erst ein Sachurteil und danach noch ein Werturteil schreibt, der wird euch sicherlich auch in der Abiturklausur keiner für Punkte abziehen, weil dann habt ihr ja mehr getan, als ihr müsstet. Grund für einen Punktabzug wäre dann eher nur, wenn ihr zum Beispiel ein Werturteil schreiben sollt, aber eben nur ein Sachurteil anfertigt, dann fehlt natürlich was. Okay, also ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen vielleicht eventuelle Sorgen und Verwirrung rund um die Operatoren mit meinem Video nehmen. Ich bin der Meinung, dass in den meisten Abiturklausuren eben im Grunde genommen eine Analyse plus Stellungnahme Schrägstrich Sachwerturteil erforderlich ist oder eben auch wenn ihr hier schaut eben eine sogenannte Interpretation. Da habt ihr diese drei Aufgaben drin, Analyse, eine vertiefende Beschäftigung mit dem Text nochmal und eine eigene Bewertung, Beurteilung oder Stellungnahme. Gut, alles klar. Wenn ihr Fragen habt, ist ja noch ein bisschen, in NRW sind die Abiturprüfungen in, ja, ich glaube etwas mehr als zwei Wochen. Wenn euch das interessiert, wenn ihr weitere Fragen habt zum Abitur, wie gesagt, alles, was jetzt öffentlich ist, das diskutiere ich gerne mit euch auch in den Kommentaren und ihr könnt mir gerne Fragen stellen. Ich versuche die dann auch zu beantworten. Ja, und dann bleibt mir nur noch übrig, euch eine gute Vorbereitung zu wünschen. Ich hoffe, ihr habt alle eine gute Prüfung. Ich hoffe auf faire Prüfungsvorschläge vom Ministerium. Hier sehen wir Lehrer auch erst wenige Minuten, bevor wir sie euch dann überreichen. Von daher, dazu können wir natürlich nichts sagen. Und ja, schauen wir mal. Alles Gute und bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.